Happy Birthday to you! Herzliche Glückwunsch zum Geburtstag an alle Leute die heute Geburtstag haben und ich spiele heute mal wieder Free Fire Max und zwar Clash Squad Viel Spaß! Ok und los geht es! Ich fühl mir wie immer am Anfang meine Weste und ein Bild Ich hoffe meine Teamkameraden sind alle gut und wir sind zum AFK Wir gehen nach oben Ich gehe da noch nicht Ja habe ich schon nicht hoch gerannt So eigentlich sind alle einzeln gegner gesichtet da liege ich gut dann jetzt zur zweiten runde jetzt wird es spannender jetzt kriegen wir ein gewehr eine m4a1 hat einer seine pistole weggeschmissen bin dabei doch los geht's warum ist der Zaun wieder weg? Nein! weg denn da eine mp5? das ist doch schön, die mag ich viel lieber was war das jetzt? bisschen laggy hier ich höre die große schießen oh nein ah, Mist der Zaun wieder weg, das gibt es doch nicht warum passiert mir das immer? jetzt meint einer, ich komme oben links auf die Dinge, aber da war ich doch gar nicht schaue ich gleich mal nach ok nein und sehr ruckelig hier ich habe immer so lags schon wieder Mensch ich bin ich bin ach ich bin ich bin ich bin ich bin Ach, Mensch, das gibt's doch nicht. Ich hör auch nichts hier. Ich will gleich wieder das Spiel ausmachen, wieder am Machen. Was ist das zum Schweinemelken? 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 das war's ich sag mal bis gleich muss spiel mal neu starten kein sound wie gesagt hier oben links war nichts zum ein und ausstellen 23 keiner hat mehr schon als ich gemacht wir haben verloren keine likes gut dann sag ich mal bis gleich ok leute einmal ausgemacht wieder angemacht spiel neu geladen sound ist wieder da hier gibt's ressourcen gute arbeit gute arbeit die sonne zwar scheiße gut ich hoffe die anderen jungs machen 2 gegen 2 gute arbeit gute arbeit gute arbeit gut 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 Okay, das ging schnell. Gute Arbeit! Perfekt. Need equipment? I'm full health. Hier gibt's Ressourcen. Brauche Munition. Gute Arbeit! Gute Arbeit! First blood. Gute Arbeit! gute arbeit gegner gesichtet gute arbeit gute arbeit gute arbeit so first blood war da noch einer Das war's für den Weg. Thanks! Double kill! I have this. Triple kill! Also kriegen alle ein Like. Yeah! Oh, was mache ich denn das? Ah, zack! Ich habe nur ein Sim Schaden gemacht. Ja, okay. Aber von Gegner war keiner besser als ich. Schau mal hin. War eigentlich der zweitbeste mit den Schaden. Gut. Dann würde ich mir sagen, das war's für heute. Ich sage dir Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen.